Muss man natürlich gucken, du brauchst ja dann natürlich Zeit, den zu besiegen und den zu fangen. Naja, lass mich da, ist doch okay. Die schaffen das doch, ich muss ja gar nicht draufdrücken. Ich geh mal zur kollektiven Picklepause, ne? Trich mit. Nein, du gehst, ich verdreh dich hier. Komm bitte mit, ich trau mich nicht alleine. Und ja, Harrel Retzo in Zaragoza waren keine Flunsch-Lick-Raids mehr offen, deswegen musste ich jetzt wechseln nach Budapest. Und dann gibt es ja die Leute, die sagen, hä, wie geht denn das, wenn du in Zaragoza geradet hast? Wieso kannst du dann jetzt weiter in Budapest raiden? Ich habe keinen Cooldown ausgelöst, denn ich habe keinen Ball geworfen, ich habe keine Arenascheibe gedreht, ich habe keinen Pokestopp gedreht. Und wenn ich natürlich das fange, habe ich Cooldown und bin an den Ort gebunden. Aber ich habe es ja nicht gefangen, ich fliehe ja immer. Und dadurch, dass ich fliehe, habe ich keine Fußabdrücke hinterlassen und kann mich frei bewegen. Oh, jetzt ist... Jetzt ist der Thomas weg. Komm, wir fangen es schnell, damit er es nicht sieht. So, Flunsch-Lick, Shiny, da ist es. Jetzt muss ich es mir nur noch rübertauschen auf meinen Hauptaccount und dann muss ich keine Flunsch-Lick-Raids mehr machen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir das machen, werde ich wahrscheinlich... Mauzi anbieten und mitraiden. Du vergisst denn etwas, ne? Was? Was? Was ist denn? Erstens, der Stream läuft immer so 5 bis 10 Sekunden nach. Ich sehe, dass dein erster Fang des Tages kann auch Lunge-Lick in Shiny ist, ne? Mit 1222 mp. Kann ich das Relaxo jetzt auch noch mitnehmen? Heißt es nicht, dass ich es nicht höre, ne? Ist okay, ist okay. Ich habe dich auch lieb. So, jetzt. Jetzt.